Musik Wow Ach Gott Er ist ganz verzaubert von ihr Aber ich hoffe, sie hat sich verändert für sich selbst und nicht für die anderen Leute Oh Gott, sie macht es noch schlimmer Oh nein Oh Gott Wie er es runterspielt Aha, das lief nicht gut Ich finde es immer so lustig, wenn da welche auftauchen mit blond gefärbten Haaren Weil das gibt es ja eigentlich gar nicht in der Schule, oder? Also es ist nicht erlaubt Ich finde es nicht erlaubt, dass es nicht erlaubt ist, sondern es ist nicht erlaubt Ich finde es echt Es würde mir gefallen, wenn man am Schluss eine Vorschau sieht, wie sie in 10 Jahren aussehen Und ob sie sich dann immer noch so Gedanken darüber machen Wahrscheinlich nimmt sie es dann total locker so Ach, was hat man so Gedanken darüber gemacht? Ich finde es nicht erlaubt, was hat es nicht erlaubt ist, wie sie in der Schule ist, wie sie in der Schule sind Ja, aber es hätte auch schlimmer ausgehen können. Sie hätten sich auch so über sie lustig machen können. Sag, wie siehst du denn aus? Die beiden sind so nützlich. Aber sie sieht wirklich super heftig aus. 50 Seiten für sowas. Oh nein. Es ist auch eine Art, mit seinen Gefühlen umzugehen. Du lässt die andere Person einfach die Seiten schreiben. Es ist auch ein Drama mit den beiden. Ich glaube, er hat es nicht so gemeint, wie sie es denkt. Sondern er will einfach nicht, dass sie denkt, dass er auf alles drauf springt, was sie vor die Linse kommt. Dass sie sie missnennen. War das nicht die, die später von einem Klassenkameraden die ganze Zeit genervt hat? Da schreibt er die ganze Zeit und sie findet das super anstrengend. Bei der habe ich das Gefühl, dass die in die andere Richtung geht. Ich glaube, der Stil ist so hübsch. Die ist so goldig. Ich bin echt zum Fressen. Wahnsinn. Bei den beiden weiß ich echt nicht, wie das ausgehen soll. Ja, sie will unbedingt Erfahrungen machen, damit sie besser schreiben kann. Aber das wird doch nichts zu nichts, oder? Ich glaube nicht, dass sie danach schlauer ist als vorher. Nichts. Oh, was? Was sind das für Worte? Oh, das ist schon ein bisschen heftig, oder? Hört sich für mich an, als hätte er eine Erfahrung gemacht, die nicht gut ausgegangen ist. Oh, okay. Ich glaube, die ist von allen die unsicherste von all den Mädchen. Noch unsicherer als Kassusse. Oh Gott. Oh, das ist so eklig. Ich habe den Manga gelesen und der Kerl ist so widerlich. Ach, pfui. Pedo. Ja, wirklich. Der hat sich bestimmt nicht getraut, sie zu freuen. Wir sind doch froh, dass er mit niemandem was machen will. Du hast immer noch Chancen. Ich bin doch froh, dass er mit niemandem was macht. Ich bin doch froh. Ich bin doch froh. Und ich bin doch froh. Vielen Dank. Oh Gott, das ist peinlich. Ach du meine Güte. Also das Lied, ich möchte wissen, was ist das für ein Lied, wenn das ein Klassiker ist. Denkt sie, er möchte was anderes mit ihr machen und er sagt, er will mit ihr rumhängen. Aber wenigstens ist sie ehrlich und sagt ihm, dass es ihr unangenehm ist. Er will was von mir. Naja, ich weiß nicht. Ich bin immer erstaunt, dass die Leute für ein gutes Gedächtnis haben im Anime. Das war vor 20 Jahren, aber ich kann mich immer noch an dich erinnern. Also es ist in der Folge, wie jedes der Mädchen so einen kleinen Fortschritt macht. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, das ist wirklich wie aus dem Manga. Das ist natürlich die richtige Reaktion. Was ist das auf einmal? Warum will die auf einmal so viel Kontakt mit dir haben? Ja, das frage ich mich auch. Warum? Ich verstehe nicht, warum sie sie nicht einfach so fragt, warum sie sich so an sie anschleicht. Nee, er hat nicht wirklich die 50 Seiten geschrieben, oder? Ey, der ist klasse! Der ist total klasse, wirklich! Nee, muss er sich wirklich halten! Nee, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Jetzt gib ihm doch wenigstens eine Chance! Das ist wirklich! Das mag ich an ihm, dass er versucht, hinter ihre Fassade zu gucken. Kawaii, Kawaii, Kawaii! Oh, süß! Nein! Ey, der ist super! Wie sie nicht ihre Gefühle in den Zaun kriegt. Das ist doch das erste Mal, dass jemand zu ihr sagt, dass sie süß ist und hübsch. Der ist ein Goldschatz. Wirklich. Und du schlau bist, dann greifst du dir den. Weil... Wer weiß, dass wieder einer kommt, der so ist. Nein! Mach's! Mach's! Was Besseres kann dir nicht passieren! Boah, dieses Miststück! Das war doch Absicht! Denkt ihr immer noch, dass die beiden zusammen sind? Furchtbar! Furchtbar! Och, Weiber, ey! Furchtbar! Boah! Und du schlau bist! Was ist... was ist dem so ein Problem?! Wirklich! Er ist so unverschämt! Unglaublich! Als ob er kein Teenager gewesen ist, oder? Oh! Das kann nicht Ihr Ernst sein, oder? Na ja, er kommt doch an! Das ist echt schwer! Das ist wirklich schwer rauszufinden! Oh Gott! Oh nein! Jetzt denkt sie bestimmt, die will ihn haben, oder? Oh Gott! Oh nein! Ich weiß nicht, warum es so Spaß macht, dieses Drama mit anzusehen! Vermutlich weiß er, wenn er seine eigene Teenager-Zeit erinnert! All diese Dinge werden nicht einfacher! Die werden nur komplizierter, je älter man wird! Und verwirrende! Und verwirrende! Und verwirrende! Und verwirrende! Oh, was sagt denn das? Ui, 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 ui. Oh Gott. So, happy like my life reaction, leave it, leave it, leave it, leave it, like button, subscribe my life reactions and thank you for watching, bye bye.